Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Cast. In der heutigen Folge machen wir wieder mal eine Analyse und zwar schauen wir uns Tron TRX genauer an. Für die Leute, die hier neu sind, wir machen oder ich mache hier auf Blue Alpine Cast bzw. auf dem Blue Alpine Cast Videokanal, mache ich Analysen, unter anderem eben Fundamental-Analysen. Ich gehe unter der Woche eher auf News, Nachrichten etc. und die Hintergründe dieser Nachrichten ein und am Wochenende gibt es meistens ein Analysevideo. Ich mache jeden Tag Videos, von daher, wenn du das nächste Analysevideo nicht verpassen möchtest, erstmal den Kanal abonnieren oder den Podcast abonnieren. Für die Leute jetzt, die komplett neu sind hier, um eine Fundamental-Analyse zu machen oder eben, wie ich sie nenne, eher Kurzanalyse zu machen, gehe ich meistens auf sechs Punkte ein. Ich schaue mir das Team an, die Berater oder die Investoren, das Produkt, die Technologie, die Roadmap, ich schaue mir allfällige Partnerschaften an und dann diskutieren wir noch über die Einfachheit und Verfügbarkeit. Danach beantworten wir sechs Fragen und zwar eine davon, welches Problem oder Ineffizienz wird dadurch durch das Token, durch das Coin gelöst. Wer oder was ist die Konkurrenz? Wie groß ist der Markt? Was für Vorteile gibt es dem Besitzer? Wie einfach ist das Ganze zu kopieren? Und was für allfällige Schwachstellen hat das Krypto-Projekt? Ich nenne diese Methode 6x6-Methode, um eine Kurzanalyse durchzuführen und ein Krypto-Projekt entsprechend zu analysieren. Ich gebe hier keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlungen, sondern ich versuche so objektiv wie möglich bzw. einfach komplett meine Meinung hier zu posten, ob du dann investieren möchtest oder nicht. Ich glaube daran, dass du intelligent genug bist, diesen Entscheid selber zu treffen. So, fangen wir jetzt erstmal an und zwar springen wir auf die Tron-Webseite, tron.network für die Podcast-Hörer. Und was wir hier sehen ist Tron Decentralize the Web, also das Web dezentralisieren, Tron Accelerator, Nitron Summit und das Video. Dann technisch wird ganz einfach erklärt, wieso Tron denn überlegen ist. High Throughput, also viele Transaktionen pro Sekunde, High Scalability, hohe Skalierbarkeit, High Availability, Verfügbarkeit sei entsprechend hoch. Und hier sofort eigentlich die Performance wird hier vorangetrieben. TRX soll 2000 Transaktionen pro Sekunde haben, Ethereum nur 25, Bitcoin 3 bis 6. Dann haben wir Tron Wallets für das Web, iOS und Android. Die Notemap, also wo überall gibt es Knotenpunkte, Netzwerkknoten, die man beachten müsste. Es gibt momentan 1360 Online-Knoten auf der ganzen Welt und dann kann man hier ein bisschen ins Detail schauen, in den USA eben entsprechend am meisten. Es gibt sogenannte Super Representative Candidates, was das genau ist, schauen wir uns noch an. Es gibt Votes und Voted Accounts, hier die TRX Marktperformance, 3, ich nehme mal an, das sind Milliarden, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Der Preis 0,038, das 24-Stunden-Volumen. Ich nehme auch wieder an, dass das ein bisschen höher sind als nur diese 1300, aber das können wir vielleicht nachher auf CoinMarketCap kurz anschauen. Momentan auf Platz 11 und es gibt etwa 3 Millionen Accounts, nehme ich mal an, das ist gemeint mit den Holders. Insights, also hier Nachrichten und dann die Tron Social Plattform, da gibt es auf so ziemlich allen erdenkbaren Plattformen gibt es eine Repräsentationsform hier. Dann die Tron Foundation, wenn man sie kontaktiert und Justin Sun. Jetzt, wenn wir oben hier schauen, dann wie gesagt, wir fangen ja immer mit dem Team an und dann passiert natürlich etwas Lustiges, wenn wir jetzt auf About gehen, dann sehen wir hier Justin Sun. Er ist der Gründer und CEO von Tron und ansonsten sieht man hier nicht so viel von der Firma. Und das ist, ich sage mal, eines der Hauptpunkte, wieso Tron eine entsprechende Kontroverse im Markt genießt, ist halt, Justin Sun ist ein Marketing-Experte. Er marketiert, also er marketet sich selber, er vermarktet sich so gut es geht im Markt. Er hat sich selber, Tron, TRX, Partnerschaften, immer wieder, immer wieder hört man von Justin Sun, immer wieder hört man von Tron und wir wollen uns jetzt spezifisch Justin Sun kurz anschauen, dann will ich noch ganz kurz den CTO durchleuchten, der aber mittlerweile nicht mehr dabei ist und dann springen wir eigentlich auch schon weiter. Aber das ist wirklich sehr repräsentativ für Tron, die Kryptowährung, dass sich alles um Justin Sun dreht. Er hat einen Master's Degree in der University of Pennsylvania, er hat einen Bachelor's Degree von der Peking-Universität. Hier eine spannende Sache, er war der Chief Representative für das große China, den Großmarkt China für Ripple, WEF etc. Diese Sachen finde ich jetzt nicht so wichtig, aber wenn wir jetzt auf die LinkedIn-Seite springen, dann sehen wir hier relativ schnell, wo er genau studiert hat. Wie gesagt, an der Peking-Universität und dann University of Pennsylvania hat er den Master gemacht. Er hat Geschichte und politische Ökonomie studiert, hat also nichts mit Kryptografie, mit Informatik, Computer Science irgendwie zu tun, sondern ist wirklich überhaupt nicht auf dem technischen Segment. Jetzt, wenn wir seine letzten paar Spots hier anschauen, wie gesagt, er war zwischen 2013 und 2016, zwei Jahre und zwei Monate, war er Chief Representative and Advisor für Ripple Labs für China. Und hier, das ist, glaube ich, sein Hauptbaby neben Tron, ist Paivo oder Payvo. Das ist eine Voice-Streaming-App in China, die entsprechend populär ist und da ist er der Gründer, der Verwaltungsrat, Präsident und der CEO. Seit Juni letzten Jahres ist er auch der CEO von BitTorrent und seit Juli 2017 ist er der Gründer und CEO der Tron Foundation. Viel mehr gibt es über Justin Sun nicht zu sagen, aber wie gesagt, Justin Sun wird immer wieder eigentlich in dieser Analyse erwähnt werden. Dann habe ich natürlich versucht, hier noch weitere Teammitglieder zu erkennen bzw. nachzuforschen, wer denn so bei Tron mitarbeitet. Und was hier extrem wichtig ist, ist hier Lucien Chen. Er ist Big Data-Experte von Tencent und Alibaba. Und er, soviel ich weiss, war der CTO von Tron. Jetzt sieht es aber so aus, als wäre er entsprechend, also ihm wurde gekündigt und zwar war das im Mai 2019. Also dieses Jahr kamen dann entsprechend die Anschuldigungen heraus wegen Misswirtschaft, wegen Diebstahl oder halt wahrscheinlich Diebstahl von IP, also Intellectual Property. Also von, ich sage mal, dem Wissen der Firma entsprechend. Und da, deshalb wurde er auch herausgeschmissen. Jetzt ist natürlich die Frage, was da genau noch passiert ist und wieso etc. etc. Und ich will gar nicht gross auf das Drama hier eingehen entsprechend. Aber er sagt halt zwischen Justin Sun und Lucien Chen oder eben der CTO sagt, Justin Sun habe die Vision von Tron eben angefangen zu vernachlässigen. Es wurden auch Justin Sun und Tron nachgeworfen, dass Tron nicht mehr so dezentralisiert sei, wie man es gerne hätte oder wie es sein sollte. Und eben deshalb sei er gegangen. Das heisst auch hier entsprechend, wie gesagt, Misswirtschaft, Diebstahl etc. wird ihm nachgeworfen. Und das ist es eigentlich auch schon, was wir von Tron jetzt so vom Team herausfinden konnten. Wie gesagt, ich will gar nicht gross auf den Rest des Teams eingehen, weil eben Justin Sun und diese CTO-Geschichte für mich eigentlich sehr eindeutig sind, wie so die Team-Dynamik bei Tron entsprechend organisiert ist. Jetzt, wenn wir Berater und Investoren anschauen, dann sehen wir auch hier eigentlich nicht viel, was wir anschauen können grundsätzlich. Aber, was ich gefunden habe, ist hier die alte Seite von Tron. Und zwar auf der alten Seite gab es eine Seite, beziehungsweise der untere Teil war voll mit entsprechend Investoren, Beratern. Und da sehen wir eigentlich ganz, ganz wichtige Persönlichkeiten. Und zwar Jihan Wu, der CEO von Bitmain oder eben jetzt bald der CEO von Matrix, soll die neue Firma ja heissen. Gang Wu, der CEO von Bixin. Wir haben hier den Gründer von Ofo, den Velos, der Bike-Sharing-Firma. Ein Investor in Coinbase und Ripple, der alte Verwaltungsrat-Mitglied Feng Li. Wei Xinchen, er war der Gründer oder ist der Gründer von Kuai-Di. Ich glaube, die sind mittlerweile mit Uber und Didi zusammengeschmolzen. Das heisst, auch er eine grosse Persönlichkeit im chinesischen Markt. Hier Bin Shentang, er ist der Gründer von Clash of Kings mit über 10 Millionen monatlichen Benutzern. Und auch sonst, also wir haben hier Investoren und ob die jetzt in beratender Funktion oder rein Investorfunktion, Investorenfunktion sind, ist hier nicht mehr klar. Wie gesagt, die Seite gibt es nicht mehr. Aber Fakt ist, wenn wir jetzt von der Investorenperspektive das Ganze anschauen, ist es ziemlich eine grosse Sache. Auch von der Beraterperspektive, wie gesagt, wenn Einzelne hier beraten können, dann wäre das schon eine sehr starke Sache. Und jetzt kommen wir eigentlich zu der Technologie bzw. dem Produkt Tron selber und wollen dafür natürlich die technischen Dokumente anschauen, das sogenannte White Paper. Jetzt bevor ich ins White Paper gehe, also hier habe ich das White Paper offen für die Podcast-Hörer. Das ist die Version 2.0 im Dezember 2018 herausgekommen. Jetzt das erste Mal, als wahrscheinlich die meisten von Tron gehört haben, außer ihr seid wirklich sehr früh mit dabei gewesen, habt vielleicht sogar im ICO mitgemacht. Das erste Mal, als wir, ich sage mal, die breitere Mainstream-Gesellschaft von Tron gehört hat, ist mit dieser Nachricht. Und zwar soll Tron das White Paper plagiarisiert haben, also kopiert haben von einem anderen Projekt. Das kam dann im Januar 2018 raus. Wie gesagt, 2017 Juli gab es den ICO und wie gesagt, hier steht Tron plagiarized its White Paper Community Claims. Jetzt sagt ihr aber, was genau denn? Und dann sehen wir hier wirklich einzelne Seiten. Es gibt leider mehrere. IFPS, ein anderes Projekt und auch Filecoin, auch ein weiteres Krypto-Projekt, schreiben hier etwas von einer Bit-Swap-Strategie und auch hier die Bit-Swap-Strategie wurde einfach umgeschrieben. Die Formeln sind hier genau gleich. Keinerlei Referenzen, keinerlei Quellenangaben zu dem originalen White Paper. Justin Sun sagt dann, ursprünglich wurde das Ganze in Chinesisch verfasst. Es wurde dann übersetzt, unter anderem auf Englisch, Koreanisch, Japanisch, Spanisch, von Freiwilligen. Diese Freiwilligen haben vergessen, entsprechend Referenzen zu geben und entsprechend den Teil umzuschreiben. Er versucht sich so aus der Affäre zu schleichen und sagt, ich bin nicht schuld daran. Aber eben so ist jetzt Tron das erste Mal eigentlich in die breitere Öffentlichkeit gekommen. Jetzt geht es aber noch weiter. Auch sei einzelner Teil vom Code entsprechend gestohlen worden sein. Und zwar von der sogenannten Ethereum-J-Library. Also das ist eine Java-Interpretation für Ethereum. Und Java-Tron ist die Java-Interpretation von Tron. Auch diese sei größtenteils einfach kopiert worden. Und dann, hier gibt es einen Post auf GitHub und hier ist eben die Lizenz-Violation, ist eigentlich das Hauptproblem. Also man sagt halt, diese Lizenz, die eben besagt, dass wenn man etwas kopiert, man auch entsprechend auf die Quelle eine Quellenangabe machen muss. Und wie gesagt, wenn einzelne Teile einfach direkt kopiert worden sind, kann man das eben nicht machen ohne Referenzen. Jetzt wurden hier auch gesagt, dass sie das sofort kontrollieren werden und sofort korrigieren werden. Entsprechend gab es hier ein bisschen eine Diskussion. Das heisst, wir sehen hier unterschiedliche Elemente. Wir sehen hier auf der einen Seite der Programmiercode wurde gestohlen. Auf der anderen Seite eben das White Paper. Aber nichtsdestotrotz will ich mir jetzt erstmal einen Einblick oder mit euch zusammen einen Einblick verschaffen in das White Paper, in das neue White Paper. Wie gesagt, seitdem wurde das Ganze neu geschrieben. Und jetzt müssen wir verstehen, was sich genau geändert hat, beziehungsweise wie das Ganze denn aufgebaut ist. Also Tron hat eigentlich das ambitiöse Ziel, ein sogenanntes dezentralisiertes Internet und dezentralisierte Infrastruktur aufzubauen. Hintergrund, man spricht von Bitcoin, Proof of Work, man spricht von Ethereum mit der Ethereum Virtual Machine und sagt halt, Tron will hier eben Abhilfe schaffen, um vor allem bei der Skalierbarkeit entsprechend Lösungen zu bringen. Dann Juli 2017, die Foundation wurde gestartet, gleichzeitig der ICO, das Testnet im März 2018, im Mai 2018 dann das Mainnet. Gleichzeitig im Juli dann BitTorrent wurde gekauft, also BitTorrent für die Leute, die BitTorrent von früher noch kennen. Das ganze Projekt, also eine Art Peer-to-Peer-Sharing-System für Datensharing, wurde dann von Tron entsprechend gekauft. Und man hat dann versucht, das Ganze auf Tron basierend eigentlich aufzubauen. Mittlerweile die Apps, also dezentralisierte Applikationen, die auf Tron laufen, 100 Millionen plus Transaktionen. Und dann eben Projekt Atlas, die grösste D-App auf der Welt. Wir gehen hier weiter. Es werden kurz ein paar Wörter erklärt. Und hier, das ist eigentlich der wichtige Teil für die Podcast-Hörer, und zwar der Architektur-Teil. Wir schauen uns hier eigentlich diese drei Stufen Architektur an. Wir haben auch ganz unten eigentlich den, oder in der Mitte sagen wir mal, den Kern-Level, also das SDK, die Wallet-API, die Smart-Contract und der Account selber, sowie eben der Konsens-Algorithmus, sind alles im Kern. Dann haben wir den Applikationsteil, das sind die D-Apps, die Wallets etc. Und dann haben wir noch den Speicherteil. Und das ist State-Storage, Chain-Storage, also die ganze Kette, die entsprechend verteilt, entsprechend gespeichert wird. Das Protokoll, wie gesagt, hauptsächlich auf Java. Es werden aber noch weitere Sprachen dann angeboten, entsprechend Scala, C++, Python und Go. Von der Architektur her nichts, ich sag mal, komplett Überraschendes. Es wird das sogenannte Google-Protobuf als Inspiration hier genommen. So hat man das Ganze dann auch entsprechend aufgebaut. Und wenn wir hier weitergehen, wie gesagt, wird hier der Kern erklärt, der Applikations-Layer, der Protokoll-Layer. Und was wir hier sehen, ist die sogenannte eben Tron Virtual Machine, die TVM, die Decentralized Exchange etc. Und was hier jetzt extrem wichtig ist, natürlich der Konsens-Algorithmus. Der Konsens-Algorithmus ist eigentlich nur Delegated Proof-of-Stake. Wie gesagt, bei Proof-of-Work werden ja mehrere Berechnungen, also man setzt mehrere Rechner aneinander und löst mathematische Rechnungen, um einen sogenannten Block eigentlich zu lösen und einen Block-Reward dann zu erhalten. So ist es bei Bitcoin, so ist es bei Ethereum. Das heisst, wenn man dann entsprechend diese Blöcke von Transaktionen aneinander reiht, das ist die sogenannte Blockchain. Jetzt sagt Tron hier, dass es entsprechend nicht nur Probleme in der Skalierbarkeit von dieser Lösung gibt, sondern es soll eben auch entsprechend Energy Waste, also Stromverbrauch oder Strom entsprechend verbraucht werden. Und deshalb sagt man eben, dass der Proof-of-Stake eigentlich die gescheitere Sache sei. Es steht hier, dass Tron, der Tron-Konsens-Mechanismus, eine innovative Delegated Proof-of-Stake-Version benutzt. Und bei Delegated Proof-of-Stake, wie gesagt, bei Proof-of-Stake wirft man entsprechend Coins in einen Pot und das nennt man Staken und dann wird eigentlich nach Zufallsprinzip entsprechend anhand von diesen Coins eine Rechnung erledigt und nach Zufallsprinzip erhält man dann auch entsprechend den Block oder eben die Block-Rewards. Bei Delegated Proof-of-Stake funktioniert das Ganze so, dass man einen sogenannten Delegate, also einen Abgeordneten wählt und bei Tron gibt es deshalb diese 27 Super-Representatives. Das heisst, diese 27 Super-Representatives produzieren Blöcke für das Netzwerk, alle sechs Stunden. Und diese, das heisst die SRs oder eben die Super-Representatives, das ist eigentlich die spannende Funktion für einen Hodler, für einen Holder und die werden entsprechend auch immer wieder gewählt. Das heisst, jeder kann sich grundsätzlich dafür zur Verfügung stellen. Das geht dann durch ein entsprechendes Prinzip. Und man sagt eben, dadurch, dass man dieses Delegated Proof-of-Stake macht, kommt man insgesamt auf 2000 Transaktionen pro Sekunde. Im Vergleich zu Bitcoins drei Transaktionen oder Ethereums 15 Transaktionen pro Sekunde. Jetzt, wenn ich mich recht entsinne, dann ist Visa und Mastercard etwa bei 50.000 Transaktionen pro Sekunde. Das heisst, wir sind von dem noch weit entfernt, aber 2000 ist auch schon ziemlich beträchtlich. Wir gehen weiter, unterschiedliche Account-Typen. Die Struktur wird hier noch erklärt, eben auch wieder mit Programmiercode, wie ein Blog aussieht etc. Gebühren, das ganze Gebührenmodell wird entsprechend aufgezeigt und dann eben auch entsprechend die sogenannte Tron Virtual Machine. Also ähnlich wie die EVM, wie die Ethereum Virtual Machine, wurde auch die Tron Virtual Machine aufgebaut. Ziel davon war es eben auch diese Smart Contracts, möglichst einfach, also die Programmiersprache der Smart Contracts möglichst einfach zu gestalten, sodass entsprechend viele Smart Contracts auf der Plattform aufgebaut wurden. Das heisst, die TVM wurde ursprünglich, man nennt das geforkt, also eigentlich kopiert, aber eben als Referenz genommen von der EVM. Man hat aber eigentlich das Ziel, das Ganze entsprechend abzuändern. Spätestens eben mit dem Konsens wird das Ganze entsprechend abgeändert. Es basiert auf dem sogenannten Solidity Netzwerk, also Solidity Programmiersprache, Entschuldigung. Das heisst, die Solidity Programmiersprache ist eine sehr JavaScript-ähnliche Programmiersprache und soll es so eigentlich den Leuten oder jetzt spezifisch den Entwicklern ermöglichen, möglichst einfach Smart Contracts aufzubauen. Das Ganze sieht so aus. Wir sehen hier die oberste Stufe, also auf Compiler-Stufe haben wir eben JavaScript, Solidity. Wir haben den Smart Contract. Das Ganze geht durch die Virtual Machine, eben diese TVM, diese sogenannte. Wir haben vielleicht noch externe Daten entsprechend, die da reinkommen. Und dann die Blöcke, die dann hier auch weitergehen. Performance-mäßig, wie gesagt, wir haben von 2000 Transaktionen pro Sekunde gesprochen. Es sei günstiger, es sei robust, sagt das White Paper. Und auch hier wieder Smart Contracts entsprechend, wie das Ganze aufgebaut ist beziehungsweise wie man Smart Contracts entsprechend aufbauen kann. Dann gibt es noch den sogenannten Token-Standard, der hier erklärt wird. Das TRC10 und das TRC20-Token. Jetzt TRC20 ist ein technischer Standard, den man für die Smart Contracts braucht. Und der ist komplett brauchbar oder eben einsetzbar mit ERC20. Das heisst, das Ganze passiert eigentlich auf dem Gleichen. Ich vermute, dass bei diesem Fork eben entsprechend der TRC20 als Standard genommen wurde. Dann gehen wir hier noch weiter, schauen uns eigentlich die Hauptunterschiede zwischen TRC10 und TRC20 an. Und es steht hier, dass die TRC10-Tokens accessible by APIs and Smart Contracts und die TRC, also zugänglich durch APIs, durch Programmierschnittstellen und Smart Contracts, die TRC20-Tokens durch Interface, veränderbare Interfaces entsprechend nur innerhalb von Smart Contracts erreichbar sind oder brauchbar sind in diesem Zusammenhang. Dann das ganze Super-Representative-Modell genauer erklärt, wie das Ganze eben aufgebaut wird, beziehungsweise wie viel es kostet, wie viel eine Vote kostet, wie viel Block-Rewards ausgeschrieben werden, etc. Und auch hier wichtig, es gibt keine Inflation auf dem TRON-Netzwerk bevor Januar 2021. Das heisst, the TRON Foundation will award all Block-Rewards and Candid-Rewards prior to that date. Also die Einnahmen, die Block-Einnahmen gehen komplett raus. Die werden nicht zurückbehalten, werden nicht verbrannt, ähnlich wie bei BNB, sondern gehen entsprechend raus. Dann sehen wir hier, wie gesagt, noch die App-Entwicklung und da können wir eventuell hier voranspringen und sehen hier relativ schnell, wenn wir hier eine Übersicht der D-Apps anschauen, etwas, was uns auffällt, das sind alle oder viele Applikationen basierend auf TRON und wenn wir hier uns so ein bisschen, und in den letzten 24 Stunden, was wir auf den ersten Blick sehen, viele Casino-Apps. Also wir haben hier Blackjack, wir haben hier Banking, Gamble, Tronjack, 888-TRON, also extrem viel TRON-Vegas, Poker-TRON, extrem viel Glücksspiele und das hat natürlich seinen Grund. Der Grund dafür ist ganz einfach, viele Online-Casinos sind zum Teil rein rechtlich gesehen in einer Grauzone oder eben eher im schwarzen Bereich, dürfen das gar nicht legal, ohne Lizenz etc. laufen lassen. Deshalb flüchten eben viele nach Malta oder auf die Cayman Islands etc., weil sie dort entsprechend rechtlich nicht belangt werden können. Jetzt natürlich auf dem TRON-Netzwerk aufzubauen, kann entsprechend eine profitable Geschichte sein. Man kann natürlich mit dem TRON-Netzwerk entsprechend ein Casino aufbauen und das komplett dezentralisiert laufen lassen. Das heisst auch hier, wie gesagt, die D-Apps werden hier genauer erklärt und das ist es eigentlich auch schon. Also viel mehr wird nicht erklärt, ist nicht irgendwie mathematisch oder so, sondern es ist ein ganz normales White Paper, 40 Seiten, da kommt man relativ einfach durch. Das heisst grundsätzlich haben wir jetzt mal verstanden, wie TRON genau funktioniert, was der Hauptunterschied zwischen TRON, Bitcoin und Ethereum ist und jetzt gehen wir weiter auf die Roadmap. Jetzt sehen wir hier leider keine Roadmap, Roadmap so traditionell gibt es auch wieder nicht, aber auch hier habe ich ein bisschen mich herumgeschaut und versuche hier, genau wo war der Tab, hier war der Tab, genau. Versuche hier so ein bisschen die TRON Roadmap zu erläutern. Das ist natürlich jetzt nur basierend auf diesem Artikel, den ich gefunden habe, etwa vor einem Jahr. Und man spricht eben von diesen Six Stages of Development. Die erste Stufe ist die sogenannte, wo steht es hier, Exodus. Das ist die erste Stage von TRON und zwar Ziel war da bis etwa Dezember 2018, dass TRON überhaupt mal auf die Beine kommt. Dann spricht man von der Odyssee, der zweiten Stage und hier ist entsprechend das Mainnet im Fokus. Great Voyage, also das Ziel ist glaube ich, das so ein bisschen von Start bis ins All zu bringen. Entsprechend hier Great Voyage, die grosse Reise, die im Juni 2020 beginnen soll. Und hier unter anderem eben auch ICOs, beziehungsweise als ICO Plattform sich zu etablieren. Apollo, die vierte Stufe. Auch hier weitere ICOs, die entsprechend geplant werden, wahrscheinlich im grösseren Rahmen. Dann haben wir Star Trek. Das ist alles nicht offiziell, das ist wirklich zusammengeschrieben, aber wie gesagt, eine offizielle Roadmap gibt es hier nicht. Das heisst hier Star Trek als Gaming Coin, TRX als Gaming Coin, das heisst als Gaming Plattform und dann Stage 6 Eternity, das heisst die Ewigkeit. Und auch hier wird entsprechend von dem Projekt gesprochen und wohin wir entsprechend gehen. Das soll etwa 2037 sein, eine Completely Functional Decentralized Blockchain Based Gaming Platform. Also viel wieder mit Gaming, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Der Gaming Markt ist relativ gross und dezentralisierte Games könnten entsprechend auch Sinn machen, wenn sie denn die Performance Sache lösen können. Von daher das mal zum Thema Roadmap. Die nächste grosse Sache, Partnerschaften. Auch mit den Partnerschaften ist es so eine Sache. Und wir springen hier gleich mal zu der Hauptpartnerschaft und zwar der Partnerschaft zwischen Baidu und Tron vom Oktober 2018. Baidu, ein Internetgigant aus China, das Google von China eigentlich. Und die haben mit Tron jetzt eine Partnerschaft im Bereich Cloud Computing gemacht. Das heisst, das ist sicher mal eine sehr starke Partnerschaft. Dann gehen wir hier weiter, Tron und Tether Partnerschaft. Darüber habe ich in meinen Videos vor ein paar Wochen oder Monaten bereits gesprochen. Tether soll eigentlich komplett auf dem Tron Netzwerk wieder lanciert werden, anstatt eben auf dem ursprünglichen Tether Netzwerk. Dann gehen wir hier noch weiter und jetzt wird die Sache interessant. Das eine ist hier Tron meets with Oracle. Oracle eine riesen Datenbankfirma aus dem Silicon Valley, Milliardenfirma. Und das Interessante hier ist natürlich, ein Treffen wird automatisch so ein bisschen über Partnership Opportunities gesprochen. Und das ist eben genau dieses Marketing Genius von Justin Sun, das ich so ein bisschen angesprochen habe. Er ist halt ein Marketing Genie. Er macht aus einem Meeting eine Partnerschaft Möglichkeit. Und der Newsmarkt oder die Nachrichten oder Kryptomagazine oder Kryptoblogger und so weiter, die machen dann aus dieser Story eine Riesensache und sagen, ah, Oracle und Tron haben eine entsprechende Partnerschaft abgeschlossen. Dem ist leider nicht so oder noch nicht so. Das heisst, Tron hatte sich jetzt einfach mal mit Oracle getroffen. Man hat sich über Smart Contracts unterhalten, etc. Aber eben, das Ganze, wie das Justin Sun dann entsprechend formuliert, wird dann so umgedreht, dass es plötzlich nach einer Partnerschaft klingt. Dann haben wir hier Chainlink. Chainlink und Tron Partnerschaft auch semi-offiziell vor ein paar Monaten. Da geht es jetzt wieder weiter. Chainlink war ja meine letzte Analyse. Wenn du nicht weisst, wie Chainlink funktioniert, gerne das Ganze anschauen auf dem YouTube-Kanal oder im Podcast. Vor ein paar Wochen habe ich entsprechend Chainlink analysiert. Und jetzt kommen wir zu einem interessanten Punkt und zwar Liverpool Partnership. Jetzt hat es vor ein paar Wochen eine Story gegeben, dass Tron und Liverpool, der Fussballverein, eine entsprechende Partnerschaft hätten. Und auch da wurde wieder in den Medien das Ganze aufgebaut. Es wurde von Tron unter anderem eben gepostet, bis dann Liverpool offiziell rausgekommen ist und gesagt hat, hey, wir haben eigentlich gar keine Partnerschaft. Wir hatten ein Gespräch, ein Meeting und wir wissen nichts von einer Partnerschaft. Und das ist eben genau so ein bisschen das Hauptproblem von Tron. Tron und Justin Sun verpacken diese Partnerschaften links und rechts, verkaufen das als sehr, sehr gutes Marketing und sagen eben, wir haben dort eine Partnerschaft und dort eine Partnerschaft und dort eine Partnerschaft. Aber alles Schall und Rauch, im Endeffekt ist hier nicht viel dahinter. Und das ist mir extrem wichtig, dass ihr das versteht, dass ihr dahinter die Kulissen schaut und auch effektiv schaut. Der einfachste Weg eigentlich, solche Sachen zu überprüfen, ist, indem man auf die Seite des Partners geht und da auf eine entsprechende Pressemitteilung schaut. Gibt es eine Pressemitteilung von Seiten Liverpool? Nein, dann ist wahrscheinlich die Pressemitteilung von Seiten Tron entsprechend auch nicht korrekt. Die Pressemitteilung meistens etwa gleich, also vom Inhalt her, aber es geht darum, dass beides gleichzeitig kommuniziert werden müsste. Wenn man entsprechend eine Partnerschaft hat, das war jetzt hier nicht der Fall. Deshalb entsprechend, wie gesagt, Daumen runter bei dieser Partnerschaft. Wir gehen jetzt aber weiter und zwar die Einfachheit und Verfügbarkeit. Auf dem Ledger kann man Tron bereits halten. Früher war, wie gesagt, Tron eine ERC20-Token, heute eine THC20-Token. Geht beides, kein Problem. Das heisst, Tron kann man gemütlich auf dem Ledger speichern. Wir schauen uns die Verfügbarkeit an und jetzt für die Leute, normalerweise müsste hier Binance zum Beispiel höher sein. Für die Leute in der Telegram-Gruppe, ihr habt es bereits gesehen, ich habe gestern gepostet, dass Binance ein bisschen ein Problem zu haben scheint. Von daher ist wahrscheinlich die Binance-Zahl hier nicht korrekt in den letzten 24 Stunden. Das heisst, Binance hat wahrscheinlich das Trading eingeschränkt, deshalb weniger hier. Aber auf OKX kann man es auch kaufen, auf Huobi, HitBTC und wie gesagt auf Binance. Von daher und als Platz Nummer 11 natürlich die Einfachheit, die Verfügbarkeit entsprechend gegeben. Also es gibt entsprechendes Volumen. Wie gesagt, hier die Marktkapitalisierung bei 2,1 Milliarden, das Volumen 707 Millionen US-Dollar in den letzten 24 Stunden und es gibt entsprechend diese 99 Milliarden Total Supply von TRX. Jetzt springen wir noch ganz kurz zum ICO. Es gab sogenannte 70 Millionen US-Dollar ICO im 2017. Wurde seitdem abgeschlossen. Entsprechend die Marktkapitalisierung und entsprechend die Coins. Es sollen komplett eben 100 Milliarden Tokens generiert worden sein. Effektiv verkauft wurden nur 40% im Token Sale. Andere wurden wahrscheinlich zurückgehalten. Wie gesagt, zwar ist ERC20-Token raus, ist mittlerweile aber eine TRC20-Token. Das war es jetzt mal von den sechs Punkten, die wir uns angeschaut haben. Wie gesagt, das Team, die Berater, die Investoren, das Produkt, die Technologie, die Roadmap, die Partnerschaften, die Einfachheit und Verfügbarkeit von Tron. Und jetzt kommen wir zu den sechs wichtigen Fragen, nämlich welches Problem oder welche Ineffizienz versucht Tron zu lösen? Tron versucht hauptsächlich mit dem hier zu punkten, mit dem Performance Aspekt. Tron sagt, beziehungsweise Justin Sun sagt, Bitcoin und Ethereum waren super, aber wir brauchen mehr. Wir brauchen höhere Performance, höhere Skalierbarkeit. Wir wollen ein Zahlungsmittel werden. Wir wollen performant sein und bleiben und deshalb ist der Performance Part das Haupt, ich sag mal, Kriterium für Tron. Wer oder was ist die Konkurrenz? Und das ist natürlich ein bisschen schwierig zu sagen. Wir haben hier sicher Ethereum, wir haben hier sicher einzelne andere Coins wie Stellar und Ripple. Wir haben hier grundsätzlich auch Bitcoin, wobei eben TRX ein bisschen mehr versucht zu sein, als nur ein Zahlungsmittel oder eben ein Mittel, um Geld oder Wert zu speichern. Eine Gaming-Plattform, dann schauen wir uns eben wieder andere wie Engine Coin zum Beispiel an. Es soll eine D-App-Plattform sein, dann gibt es natürlich auch wieder Icon, Ethereum etc. Und als Zahlungsmittel, und bei Zahlungsmitteln sind wir bei Dash oder Monero oder Bitcoin wieder angelangt. Von daher, oder Litecoin. Bitcoin hat grundsätzlich, äh Tron hat in diesem Sinne, das heisst viele Konkurrenten und entsprechend einen grösseren Markt. Jetzt die Marktgröße an sich, ähm schwierig abzuschätzen. Wir können natürlich den Gesamt-Kryptomarkt nehmen und einfach von da runter gehen. Das heisst, wenn wir den Gesamtmarkt von 254 Milliarden US-Dollar nehmen und dann eigentlich sagen, okay, diesen Markt könnte Tron übernehmen, dann ist das natürlich eine Riesensache. Ist aber technisch gesehen nicht korrekt. Bei der Marktgröße müsste man vielleicht den Gaming-Markt anschauen, vielleicht den Casino-Markt und dann den D-App, also den dezentralisierten Applikationenmarkt, wobei dieser wahrscheinlich noch zu klein sein wird. Vorteile für den Besitzer? Momentan keine direkt, aber als BTT, also das BitTorrent Token, Tether und auch der neue Tron-Standard rausgekommen sind, hat Tron eine Art Dividendensystem oder halt Zinsensystem eingeführt. Das heisst, in den ersten zwei, drei Monaten konnte man entsprechend Dividenden sammeln, wenn man Tron oder eben BTT und Tether hatte und gehalten hat. Das war aber eher eine Marketingaktion. Und grundsätzlich bringen die TRX dem Halter momentan nicht viel, ausser man will eben ein sogenannter Super-Representative werden und entsprechend im Netzwerk eine Kontrolle haben. Das heisst, da keine Dividenden oder keine Zinsen, sondern nur die Möglichkeit, das Netzwerk mitzubestimmen. Ist Tron einfach zu kopieren? Schwierig zu sagen. Also ich würde sagen, Tron war am Anfang einfach zu kopieren, mittlerweile, und da spreche ich jetzt vor allem eben auf die Partnerschaft mit Baidu an. Diese Partnerschaft ist relativ stark, relativ schwierig zu kopieren, wird wahrscheinlich auch sehr stark mit dem Fakt zusammenhängen, dass alte Baidu-Mitarbeiter bei Tron arbeiten und das ist natürlich keine einfache Sache für ein Projekt, das das Ganze kopieren möchte. Abschliessend kommen wir zu den Schwachstellen und da gibt es einige. Also wo fangen wir an? Das eine, beziehungsweise ich sage mal, was die Industrie halt sagt, ist, dass die Nodes ein bisschen zu zentralisiert sind. Man sagt halt, diese 27 Super-Representatives, das sind einfach zu wenig. Zu wenig, um eigentlich das Ganze als dezentralisiertes System zu bezeichnen. Das heisst, 27, also der Fakt der Zentralisierung, das ist eine Hauptschwachstelle in meinen Augen. Die andere Schwachstelle, also es ist eine Stärke und eine Schwachstelle, ist Justin Sun selber. Er ist halt, wie gesagt, ein Marketing-Experte, möchte sich immer wieder zentral entsprechend positionieren. Aber wir haben gesehen, dass zum Beispiel bei Julian Hosp und entsprechend seinem Krypto-Projekt das Ganze nicht so gut ausgegangen ist. Also wenn man das Ganze zu stark an die eigene Persönlichkeit knüpft, dann kann das Projekt unter Umständen bei einer Trennung leiden. Beziehungsweise wenn der Gründer entsprechend einen Skandal hätte, wie auf Twitter gab es vor ein paar Wochen wieder einen Skandal wegen einem Gewinnspiel für einen Tesla, dann leidet natürlich die Gesamtmarke. Das ist jetzt genau die Sache, die bei Tron passiert oder irgendwie Justin Sun tweetet irgendetwas oder macht irgendetwas und das wirft ein schlechtes Licht auf Tron, die Krypto. Das heisst, es ist eine Stärke, aber meiner Meinung nach eher eine Schwäche, dass Tron entsprechend geknüpft ist an die Persönlichkeit von Justin Sun. Die dritte Schwachstelle, die mir aufgefallen ist, ist, dass man versucht, alles auf einmal zu machen. Man versucht, den D-App-Markt anzugehen. Man versucht, den Gaming-Markt anzugehen. Man will ICOs machen. Man kauft BitTorrent. Das passt mir persönlich überhaupt nicht in die Strategie. Ich verstehe nicht, wieso BitTorrent hier mit Tron zusammenarbeiten soll. Dann hat man noch ein weiteres Token rausgegeben, das sogenannte BitTorrent-Token, also BTT. Und dann haben wir TRX, wir haben BTT, wir haben Tether, das auf Tron basiert. Auch das meiner Meinung nach keine gute Partnerschaft. Tether ist mit Kontroverse und Problemen behaftet. Da würde ich jetzt nicht noch auf das setzen. Das sind in meinen Augen eigentlich so ein bisschen die Hauptschwachstellen von Tron. Fakt ist aber, dass Tron nach wie vor auf Platz 11 der Marktkapitalisierung ist. Das ist grundsätzlich nicht ein Riesenzeichen, aber es bedeutet einfach, dass in den Köpfen der Leute Tron immer noch hier auf dieser Liste, wenn wir auf CoinMarketCap gehen, auf Platz 11 entsprechend eine gewisse Popularität genießt. Das heißt, ob wir das wollen oder nicht, wir sprechen über Tron. TRX wird in den Medien bleiben, von daher ein Investment könnte sich lohnen, vielleicht als kleines Investment, wenn man davon ausgeht, dass Tron, wenn sie sich dann fokussieren können und den Fokus auf eine spezifische Nische oder ein Segment setzen können, sich dann entsprechend durchsetzen können. Ich glaube nicht, dass Tron in all diesen Märkten oder in all diesen Segmenten die Nummer 1 werden wird. Für das ist es einfach zu verteilt, zu viel auf Marketing entsprechend gesetzt. Das heißt, die nächste Stufe eigentlich dieser Analyse müsste sein, dass man wirklich technisch den Code genauer anschaut, weil auch da hat meine Recherche ergeben, dass der Code entsprechend belächelt wird von Krypto-Experten. Nichtsdestotrotz macht Tron viele Änderungen, das heißt, sie haben die Entwicklungspower. Wir haben das hier ja gesehen. Das heißt, da sind viele Entwickler mit dabei und die arbeiten natürlich jeden Tag an Tron. Und das kann natürlich auch ein Riesenvorteil sein. Also, wenn man natürlich mit einer schlechten Basis auf den Weg geht, ist das keine gute Sache, aber man kann auf dem Weg entsprechend viel verbessern. Das heißt, solltest du in Tron investieren? Schwierig zu sagen. Wie gesagt, ich gebe keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Ich denke aber, Tron muss man ernst nehmen wegen dem Marketing, nicht wegen der Technologie. Das ist meine Meinung zu Tron. Welche Coin soll ich als nächstes analysieren? Gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe eine Liste, die ich immer wieder konsultiere, anschaue und dann mich entsprechend entschliesse, eine Coin zu analysieren. Haltest du Tron? Hast du Tron in deinem Wallet, in deinem Portfolio? Was haltest du davon? Eher für vielleicht Kurzzeit oder denkst du wirklich langfristig, dass Tron entsprechend Gewinne bringen wird? Gerne in die Kommentare schreiben. Ich freue mich auf die entsprechende Unterhaltung. Sehe euch dann in den YouTube-Kommentaren oder auch gerne eine E-Mail schreiben. Könnt ihr ganz einfach hier auf bluealpineresearch.com, könnt ihr auf Kontakt gehen, das Kontaktformular ausfüllen und dann erreicht ihr direkt meine Inbox. Das war es von der heutigen Folge. Gebt mir wie immer einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert auch den Podcast. Wir sehen uns in den Kommentaren wieder. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.